Na gut, dann schauen wir sich das auch noch an. Hallo. Allein schon mit der Eisklinge? Frag mich nur, wie ich das halt mit diesem Set eigentlich da so mache. Jedes Mal. Muss ich da... Jedes Mal wo extra drauf drücken? Das würde mich voller Wäsche interessieren. Ja, ist zwar geblockt, aber... Ich kriege zwar trotzdem ab und zu was drauf. Ab. Das war's. Ja, das ist eine richtig geile Attacke. Aha. Aha. What? Und den Luftschlag auch noch zusätzlich draufhauen. Hey, Bro. Da kommt er schon mit, der Eli. Fass dich. Ich weiß nicht, ob das wirklich sehr wirkommt. Oh, das hat doch ein wenigstens ein bisschen eine Wirkung haben. Hat's nicht so gewirkt. Nein, einmal ansatzweise. Nein, einmal ansatzweise hat das gewirkt. Jetzt ist das so angefühlt. Aha. Ich soll gern die Magie ausnutzen. Aber das könnte ich jetzt eigentlich nur für Heilung gebrauchen. Gerade aktuell. Aber wirklich nur für Heilung, Alter. What the fuck? Aha. Oh Gott. Gegen hier, Alter. Ist diese Fähigkeit Gold wert? Die ist Gold. Aha. 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 Wer weiß, was da jetzt schon wieder rauszukommen wäre. Wahrscheinlich die Spezialfähigkeit. Sehr viel. Neuer Limitrausch. Hallöchen. Na, hat sich ja wieder rauszelt. Hat sich ja wieder rauszelt. Hat mir heute gedacht. Beschwörungsmodus. Limitrausch-Technik einsetzen. Aha. Das musst du mir dann auch mal zeigen. Bis zum nächsten Mal.